Was ist der Weihnachtsladen auf der Hafeninsel? Der Weihnachtsladen auf der Hafeninsel. Es ist großartig, dass das noch geklappt hat. Und das ganz Besondere, hier gibt es natürlich lokale Produkte bei uns aus der Region. Und ansonsten kann ich empfehlen, geht in die Altstadt oder in die Geschäfte hier bei uns in Stralsund, wo richtige Menschen sind, auch als Verkäufer. Das lohnt sich auch mit Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit. Seid loyal und kauft lokal. Das lohnt sich auch mit Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit.